So, wieder da. Schon kühler ein bisschen, geht's schnell. Sonst hätte ich so geschwitzt. Ja ok, ich schwitze nicht so, aber... Ihr wisst schon, es war so heiß. Der Heat ist nicht länger als... Komischerweise ist jetzt die Heizung erst angegangen. Weiß auch nicht. Spendt halt ein wenig. So, gleich in Birka. So... So, dann tun wir die Quests abgeben. Hier oben, oder? So... Genau, die war die Quest, die wir nicht annehmen konnten. Hier. So... Jetzt haben wir Platz. Schauen wir noch, ob wir noch mehr Quests sehen wollen. Aber scheinbar nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Die auch nicht. Ja ok. Dann gehen wir noch mal Hauptstadt, oder gehen wir nach... Wo war das hier? Hier. Ja, gehen wir nach hier. Nach dieser Stadt, also dieses Dorf da drüben. Ja. Hier geht's schon viel besser. Also gestern war noch bisschen müde und so. Und heute ist es besser. Ja. Kann ich wieder mehr aufnehmen, wenn ich dann... Ja. Ein bisschen ausgeschlafen habe. Aber jetzt bin ich erstmal fit. Aber bald nicht mehr. Was ich merke, ist langsam die Müdigkeit. Und ja. Und es waren wirklich die Tabletten, die mich so kaputt gemacht haben. Es waren so, sie heißen Lyrika, um die Sinne und Wahrnehmung zu dämpfen. Aber es ist der katastrophale Fehler, den man machen konnte. Ärzte und ihre sicheren Ansagen nehmen diese Tabletten und dir geht es besser. Ja. Tja. Die werden sowas gebetet. Was ist denn? So. Jetzt müssen wir hier rein. Guck mal. Ja, du bist zu weit weg. Also bin ich zu weit weg? Ist der zu klein? Ist das ein Bug? Muss ich kurz reloben? Also kurz den Charakter exter Bildschirm drehen und wieder zurück. So. Und wieder rein. Ja, hab's gedacht. So sieht man diese Lags, diese Server. Falsche Daten geschickt. Tötet ein Wettergritzenbär. Sind die da voraus? Sind die Wettergritzenbär. Oh, die Arme. Der Baum ist weg. Wahrscheinlich ein Boss. So gehen wir nach unten und töten den wilden Gritzenbär. Genau. Habe ich so nur einen? Verstehe ich jetzt nicht. Aber wo ist dann wieder der Gritzenbär? Das ist ein Bienebär. Hm. Das ist ein Riesiger Geislipper. Da ist dann wieder der Gritzenbär. So, da gehen wir nach unten in die Stadt gehen. Dann sind die Diener hier. Also ein Hafen. Aber zuerst gehen wir zurück nach Birka. Haha, ich war hier weg. Und was ich jetzt gerade ganz ganz schön bekommen. Wir haben noch nicht die Treppe bekommen. Aber dann haben wir mal wieder einen Blick bekommen. Und dann haben wir den Dr. Frank. Und dann sehen wir das jetzt wieder nach. So, das war schon mal vor. Und jetzt ist das noch weiter. Und dann ist das noch nicht so gut. Und ich denke, du möchtest. Du bist, ich mache schon mal bei euch. Ja, heute kommt vielleicht noch, also geht Minecraft weiter und ja, weiss nicht was ich sonst noch machen soll, wahrscheinlich hört meistens rechnen, ich habe einfach Bock wieder richtig viel aufzunehmen. Einfach das Hochladen geht halt immer noch gleich, damit ich immer ein bisschen Vorsprung habe. So, also dann gehen wir nach Gragstadt, Gokstadt, ok gehen wir nach Gokstadt. Ja, ja. Der Marker ist extrem stark jetzt schon. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass der mal so überlegende Gegner sind, die gleichlevelig sind. Ok, sie sind ein bisschen unterlevelig. Aber auch nur weil die Quests halt zu denen führen. Aber auch gegen schwere Gegner hätte ich jetzt in gute Chancen. Ja, ja. Der wollte schon angreifen. Aber ich bin zu schnell. Gehen wir mal in den Weg gestern. Schauen. Gehen wir mal in den Weg gestern. Vielen Dank.